Gute und herzlich willkommen bei CoinCharge. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Shaman eCash für Bitcoin Lightning. Shaman eCash setzt auf das Lightning Netzwerk auf und hat vielleicht irgendwann mal das Potenzial, auf Basis der Bitcoin Blockchain und dem Lightning Netzwerk eine dritte Ebene zu bilden, über die dann Bitcoin Lightning Zahlungen abgewickelt werden können. Denn Kritiker von Bitcoin sagen ja oft, naja, Bitcoin kann kein Zahlungssystem werden, weil es sind ja nur maximal 6 bis 7 Transaktionen pro Sekunde möglich, die über die Blockchain laufen. Und diejenigen, die sich dann vielleicht weiter mit dem Thema Bitcoin und Lightning beschäftigt haben, werden vielleicht sagen, naja, das Lightning Netzwerk kann aber auch nicht richtig skalieren, denn für eine Eröffnung eines Kanals oder ein Schließen eines Kanals, da braucht man wiederum die Blockchain und dann kann man doch nur maximal 6 bis 7 Kanaleröffnungen oder Schließungen über diese Blockchain machen. Also das Lightning Netzwerk kann auch nicht skalieren. Und diesen Kritikern, denen können wir jetzt sagen, schon mal was von Shaman eCash gehört? In diesem Video werden wir erklären, was ist Shaman eCash? Wir werden erklären, wie Shaman eCash technologisch funktioniert. Wir werden zeigen, wie Nutzer, wenn sie Shaman eCash verwenden, eine sicherere Lösung und eine höhere Privatsphäre besitzen, als wenn sie zum Beispiel die Dienstleistung von einem Custodial Service in Anspruch nehmen. Wir werden erklären, wie du für deine Freunde und Bekannten einen sogenannten Shaman eCash Service anbieten kannst, damit deine Freunde und Bekannten über deinen Lightning Node Bitcoin und Lightning Zahlungen abwickeln können, ohne einen eigenen Lightning Node betreiben zu müssen. Wir stellen dann kurz zwei Anwendungen vor oder beziehungsweise Implementierungen, die auf Shaman eCash aufsetzen. Kurz, das ist Fedimint und Cashew. Doch jetzt haben wir genug gebabbelt. Lass uns einsteigen und wir erklären jetzt, wie funktioniert Shaman eCash. Shaman eCash für Bitcoin Lightning setzt auf ein Konzept auf von David Shorm, das er im Jahre 1982 entwickelt hat. Er hat es damals konzeptioniert und als eCash vorgestellt. Er hat auch eine eigene Firma gehabt, die DigiCash, die dieses Zahlungssystem angewendet hat. Doch leider musste diese Firma irgendwann Insolvenz anmelden. Die Zeit war dafür noch nicht reif. Doch dieses Konzept, dieses eCash-Konzept, wird heute wieder übertragen auf das Lightning Netzwerk und kann hierfür wieder eine Anwendung finden. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass wir, wenn wir ein Lightning Netzwerk betreiben wollen, wir für die Eröffnung eines Kanals immer wiederum auf die Bitcoin-Blockchain zurückgreifen müssen. Denn für jede Eröffnung eines Kanals und Schließen eines Kanals ist wiederum die Blockchain erforderlich. Und somit wäre es technisch nur möglich, maximal sechs bis sieben Transaktionen pro Sekunde für eine Kanaleröffnung zu verwenden. Demgegenüber gibt es sogenannte Custodial Services, wie zum Beispiel die Wallet of Satoshi. Hier gibt es einen Lightning-Notbetreiber, der für seine Nutzer die internen Transaktionen nicht über das Lightning-Netzwerk, sondern über ein eigenes System abwickelt. Und nur wenn eine Zahlung außerhalb dieses Custodial Services erfolgt, wird das Lightning-Netzwerk in Anspruch genommen. Der Nachteil eines solchen Custodial Services ist, wenn wir unser Geld auf so ein Custodial Service einzahlen, dann ist immer das Risiko, dass dieser Betreiber oder dieser Dienst vielleicht irgendwann nicht mehr existiert und unser eigen gezahltes Geld ist weg. Demgegenüber als sehr sichere Lösung wäre die Erstellung und den Betrieb eines eigenen Lightning-Notes. Doch ein eigener Lightning-Notes zu betreiben, ist nicht ganz einfach. Man muss Kanäle eröffnen, man muss Lightning-Liquidität zur Verfügung stellen, man muss Channel-Management machen, man muss für den technischen Serverbetrieb achten. Es sind viele Aufgaben, die sind zwar ganz interessant, wer technisch versiert ist, aber sind wir ehrlich, nicht jeder hat die technisch-logische Erfahrung, um das zu betreiben, zu wollen oder auch zu können. Wenn das Lightning-Netzwerk skalieren will, dann muss es Lösungen geben, wo man keinen eigenen Lightning-Notes betreibt, wo es andere für einen machen. Was ist eine eCache-Mint und wie funktioniert so eine eCache-Mint? Mint, das deutsche Wort, kann man übersetzen mit Münzprägeranstalt. Eine eCache-Mint ist quasi der Betreiber eines Lightning-Nodes auf Basis dieses Mint-Konstruktes. Und die Idee dahinter ist, dass die Nutzer dieser Mint eine Einzahlung auf diese Mint vornehmen können, alle Nutzer untereinander über diese Mint-Zahlungen vornehmen und abwickeln können. Und dass diese internen Mint-Zahlungen nicht über das Lightning-Netzwerk erfolgen müssen. Und diese internen Zahlungen brauchen nicht das Lightning-Netzwerk und belasten dementsprechend auch nicht das Lightning-Netzwerk beziehungsweise die darunterliegende Bitcoin-Blockchain. Für die Nutzer ist das Besondere, dass sie anonym auf dieser Mint ein Konto oder es nutzen können, ein Wallet errichten können. Und der Betreiber der Mint, der weiß nicht, wer denn hinter diesem Konto steht. Er weiß auch eigentlich nicht, welche Beträge eingezahlt worden sind und wer hier untereinander Zahlungen durchführt. Der Vorteil für die Nutzer, es besteht eine größere Anonymität, als sie bei einem nominalen Custodial Service der Fall wäre. Wenn du selber eine eigene Mint betreiben willst, dann ist das relativ einfach, eine entsprechende Mint aufzusetzen. Wir werden in einem separaten Video zeigen, wie du zum Beispiel mit der LMBITS-Erweiterung CashU einen eigenen Mint für deine Freunde und Bekannten betreiben kannst. Der Betrieb einer eigenen Mint für Freunde und Bekannte eignet sich für jeden, der einen Lightning-Node betreibt und denjenigen zur Verfügung stellen, denen es für aufwendig ist, einen eigenen Lightning-Node zu betreiben. Das Besondere ist, dass das Guthaben, das auf dieser Mint sich befindet, durch eine Gemeinschaft kontrolliert und verwaltet wird. Quasi über eine sogenannte Multisig-Wallet. Und diese Gemeinschaft, das können mehrere Freunde und Bekannte sein, das kann aber auch zum Beispiel eine Community sein, wie zum Beispiel die 21- oder Blocktrainer-Community. Das kann aber auch im gewerblichen Bereich zum Beispiel ein Verlag sein, ein regionaler Dienstleister, eine Sparkasse. All diejenigen können Betreiber einer sogenannten Mint sein, auf deren Basis dann die Nutzer dann die Zahlung durchführen können. Wenn ein Nutzer die Dienstleistung eines Betreibers, also einer Mint, in Anspruch nehmen will, dann zahlt er einen Betrag ein. Sagen wir mal eine Million Satoshis. Dann nimmt er einen Zettel, eine Nachricht und packt diese Nachricht wie eine Art Check, muss man sich diese Nachricht vielleicht verstehen, mit einem Gegenwert von einer Million Satoshi und packt diese Nachricht in einen Briefumschlag. Dieser Briefumschlag besteht aus Durchschlagpapier, also aus Kohlepapier quasi, wo man draufschreibt und dann paust sich das durch. Dieser Briefumschlag, der wird verschlossen, also verschlüsselt. Und derjenige, der diese Nachricht verschlüsselt, ist auch der Einzige, der in der Lage ist, später diesen Umschlag wieder zu eröffnen, zu entschlüsseln. Dieser verschlossene Umschlag geht jetzt zu dem Mint-Betreiber. Der Mint-Betreiber nimmt die Nachricht in Empfang, sieht, oh, da sind eine Million Satoshis reingekommen und unterschreibt auf dem Umschlag, egal was da drin ist, es hat einen Wert von einer Million Satoshi. Und dadurch, dass er das darauf unterschreibt, baust sich das quasi auf die Nachricht innerhalb dieses Umschlages ab und gibt diesen Umschlag wieder zurück an den Nutzer. Der Nutzer ist jetzt in der Lage, diesen Umschlag wieder zu eröffnen, denn er ist der Einzige, der ihn wieder entschlüsseln kann und kann die Nachricht rausnehmen mit der entsprechenden Unterschrift von dem Mint-Betreiber. Und durch das Öffnen entsteht quasi ein Token, ein Lightning-Token oder ein E-Cash-Token von dieser Mint. Und dieser Lightning-E-Cash-Token, der wird jetzt in einer Wallet gutgeschrieben. Dieses Guthaben auf dieser Wallet kann verwendet werden, zum einen für Zahlungen innerhalb der Nutzer von dieser Mint, aber auch für Zahlungen außerhalb dieser Mint, um zum Beispiel Lightning-Invoices zu bezahlen. Der erste Schritt. Wir erklären, wie funktioniert es bei einer Zahlung innerhalb einer Mint, also wenn Nutzer der gleichen Mint untereinander Zahlungen durchführen wollen. In dem Schaubild sehen wir wieder Alice und Bob und Bob erstellt hier eine Rechnung, so wie wir es von Lightning kennen, eine Rechnung und schickt sie zu Alice. Und Alice nimmt ihre Token und zahlt diese Invoice und sendet diese Token nun zu Bob. Und jetzt kennen wir das Thema ja noch mit dem Double Spending. Bob bekommt jetzt diese Token und weiß jetzt nicht, hat Alice eventuell diese Token schon irgendwie anderweitig ausgegeben. Um sich sicher zu sein, schickt er die Token zur Mint und sagt zur Mint, kannst du bitte mal überprüfen, ob die Token gültig sind. Der Token wird überprüft, weil der Mint kennt die ja, hat gesehen, okay, habe ich ja damals unterschrieben, die Token sind gültig. Verbrennt diese Token, also vernichtet sie und schickt neue Token zurück zu Bob. Und dadurch wird erreicht, dass es kein Double Spending ist. Innerhalb der Mint werden so die Token zur Zahlung verwendet. Und wie immer eine Zahlung durchgeführt worden ist, dann werden diese Token vernichtet und durch neue Token ersetzt. So haben wir ein geschlossenes System, in dem eigentlich keine Lightning-Transaktionen stattfinden, sondern die Werte per Token transferiert werden. Doch was passiert, wenn man eine Zahlung außerhalb des Mintes vornehmen möchte? Bob erstellt eine Lightning-Invoice und schickt diese Lightning-Invoice zu Alice. Alice nimmt die Lightning-Invoice und die entsprechenden Token und schickt sie zu der Mint und sagt, du Mint, tu mir bitte einen Gefallen, ich habe hier eine Lightning-Invoice, würdest du die Bitte für mich bezahlen. Hier sind die entsprechenden Token für die Zahlung. Jetzt geht der Mint her und führt quasi das Lightning-Gateway, also die Zahlungsabwicklung, über das Lightning-Netzwerk durch und zahlt diese Lightning-Invoice im Auftrag des Mint-Benutzers über das Lightning-Netzwerk zu Bob. Und wenn Bob seine Lightning-Zahlung erhalten hat, dann geht der Mint-Betreiber her und vernichtet diese Token, also werden nicht mehr ersetzt, sondern die Token, die er erhalten hat, werden vernichtet, weil im Gegenzug sind ja Lightning-Zahlungen aus seinem Bestand ausgeflossen. Welche Vorteile bietet denn jetzt so ein E-Cash-Mint? Ein wesentlicher Vorteil ist, es ist relativ einfach und unkompliziert, einen sogenannten Mint zu betreiben. Das heißt, jeder, der einen Lightning-Node besitzt, kann mithilfe dieses Lightning-Nodes ein eigener Mint-Betreiber sein und es seinen Freunden und Bekannten anbieten. Entweder alleine, quasi als Single-Mint oder, wenn es ein bisschen professioneller sein soll, über eine Art Gemeinschaft mit mehreren Gemeinsamen, die dann gemeinschaftlich beim Multisig das Guthaben, das eingezahlte Guthaben verwalten und beaufsichtigen. Dadurch, dass die Transaktionen innerhalb einer Mint abgewickelt werden können und nicht immer über das Lightning-Netzwerk erfolgen müssen, wäre es theoretisch oder praktisch möglich, eine unendliche Zahl von Transaktionen durchzuführen. Und eigentlich wäre es ideal, wenn es unendlich viele verschiedene Mints gibt, also auch in verschiedenen Größen, also nicht zentralisierte, große Anbieter, vielleicht nur eine Bitcoin-Lightning-Wallet-Anbieter, vielleicht nur Wallet of Satoshi, sondern, dass es regionale Anbieter gibt, Communities, Plattformbetreiber, die eine eigene Mint betreiben, über die dann die internen Zahlungen ausgeführt werden können und nur bei Bedarf das Lightning-Netzwerk verwendet wird. Und das hat den weiteren Vorteil, dass nicht jeder einen eigenen Lightning-Node betreiben muss. Denn, ganz ehrlich, einen eigenen Lightning-Node zu betreiben ist kompliziert und schwierig und nicht jedermanns Sache. Und wenn das Lightning-Netzwerk skalieren soll, ja dann muss es Lösungen geben, die jedermann benutzen kann. Und statt einen als eigenen Lightning-Node zu betreiben, gibt es ja nur die Möglichkeit, einen Custodial-Service zu verwenden, was ja ein bisschen risikoreich behaftet ist. Wir wissen ja nicht, ob der Besitzer dieses Custodial-Service eventuell verschwindet und deswegen ist dieser Ansatz eines sogenannten Community-Custodial-Services vielleicht eine gute Alternative dazwischen. Und für die Nutzer dieses Dienstes gibt es eine höhere Sicherheit. Sicherheit deswegen einmal, er kann eher diesen Betreibern vertrauen, vielleicht weil er persönlichen Kontakt oder Beziehungen dazu hat, aber der Mint-Betreiber, der kennt nicht seine Nutzer. Der weiß nicht, wer hier eine Wallet hat. Das heißt, hierdurch ist auch eine höhere Privatsphäre gegeben für die Nutzer. Die Entwicklung von eCache steckt noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Doch es gibt schon zwei Anwendungen oder Implementierungen, die sehr, sehr vielversprechend aussehen. Das ist einmal die Lösung von Fedimint. Fedimint fährt ein Konzept, in dem es mehrere Community-Mitglieder gemeinschaftlich über die Multisig das Guthaben sichern und somit für einen Community-Custode-Services sorgen. Demgegenüber gibt es eine Lösung, die ist so eher Single-Mint-ähnlich. Das ist eine Lösung, die auf dem LMBITS Erweiterung aufsetzt, nennt sich Cash-U. Dieses Cash-U-Konzept werden wir nochmal detaillierter vorstellen in einem separaten Video. Haben aber da schon einen Artikel geschrieben, unten eingeblendet, könnt ihr den schon mal nachlesen. Wer von euch also einen eigenen LMBITS-Server betreibt oder gerne den von LMBITS mitnutzen kann, kann selber so einen Cash-U-Service aufsetzen. All das, was ich heute erzählt habe, findet ihr zum Nachlesen natürlich nochmal auf unserer CoinCharge Webseite. Die URL dazu ist hier unten noch einmal eingeblendet. Wenn ihr Fragen habt dazu, dann schreibt das bitte unten in die Kommentare und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr diesen Beitrag wieder mit einem Daumen hoch bewerten würdet, denn das findet YouTube irgendwie ganz toll und sorgt dafür, dass dieses Video entsprechend öfter angezeigt wird. Ich hoffe, das Video hat euch interessiert und das Thema ist weiterhin spannend. Bleibt dran an diesem Kanal, wir werden weiterhin über solche Themen berichten. Ich bedanke mich für euer Interesse und wünsche euch alles Gute und bis bald. Ciao, ciao.